Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir reagieren jetzt auf ein Video von Waspel. Jules X Post. Waspel habe ich tatsächlich auf der Gamescom gesehen und getroffen. Auch ein sehr sympathischer Typ. Das Video hat, wahrscheinlich weil es ein Jules X Post Video ist und Jules ja auch sehr positiv eigentlich dasteht mit krassen Videos und krasser Qualität, hat der auch, ist das Video nicht so krass vor den Likes, Dislikes angekommen. Aber gut, kann ja auch sein, dass er jetzt bloß ein bisschen was Kontroverseres erzählt oder raushaut und dann dadurch irgendwie was. Keine Ahnung. Wir gucken uns einfach mal an. Ich bin gespannt. Top 7, vielen Dank. ...seiten Monaten YouTube Deutschland, bekannt für seine aufwändigen Videos mit Millionen von Views und neuerdings für ein paar der ekelhaftesten Aussagen, die ich je von einem deutschen Creator gehört habe. Und die... Das glaube ich nicht. Wobei ich kenne ja, wir kennen ja schon im Prinzip, kennen wir schon einige Aussagen davon, ja. Was auch mies war. Haben wir bei Salamiprötchen zuletzt mal angeguckt, aber... Aber ich glaube, es gibt so viel Scheiße auf YouTube, weil ich glaube, es ist schon schwierig. Es ist schon schwierig. Ja, wobei, das war schon mies, was ich gesagt habe. Das kann man vielleicht schon sagen. Messlatte hängt jetzt nicht gerade niedrig. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wer Jules ist, muss ich wohl kaum erklären. Kein Newcomer hat die letzten Jahre so viel Traffic generiert wie er. In seinen Videos behandelt er verschiedene Themen von Internet History bis... Junge, er hat einfach auf ein Video 2 Millionen Aufrufe. 1,7 Millionen, das ist so sick ohne Scheiß, Alter, wie Jules. Ich kenne ihn ja auch noch von früher. Also da hatte er vielleicht 3000 Abos, 2000 Abos. Da hat er auf Deutschrapzeug reagiert. Da hatten wir da Kontakt, das weiß ich gar nicht. Aber dadurch kannte ich ihn schon. Und dann ist er auf einmal so durchgestartet mit diesen krassen Videos. Und das ist schon sehr, sehr sick. Und das auch völlig zu Recht, muss ich sagen. Und wenn wir jetzt, sollten wir jetzt diese Uraltaussagen hier thematisieren. Im Sinne von, ne, der hat irgendwas gesagt mit Frau, Fucke, hm. Und da sind sie selber ein Stück weit dran schuld. Muss man an der Stelle aber ganz klar differenzieren. Die Aussagen sind definitiv scheiße. Aber die sind schon ein, zwei Jahre alt. Und der hat sich auch schon davon längst distanziert und auch entschuldigt. Also er hat ja wirklich auch Statements rausgehauen. Aber ich lasse mich überraschen. Wir gucken einfach mal, vielleicht kommt da noch was anderes. Wir sind zum 9-Euro-Ticket. Ich denke mal, jeder hat von ihm gehört. Und die letzten Tage gab es auch einiges zu hören. Das war aber weniger witzig und schlechter animiert. Angefangen hat es damit, dass eine anderthalb Jahre alte Instagram-Story von Jules aufgetaucht ist. Keine Ahnung woher. Da hat sich wohl jemand Mimis Festplatte ausgeliehen. In der Jules einen Tisch in einem, wie es aussieht, Buchladen fotografiert hat, auf dem verschiedene Bücher und Artikel im Zusammenhang mit der LGBTQ Plus zu sehen sind. Und darunter hat er geschrieben, Diese Welt wird noch den Abgrund runtergehen. Ich meine, Abgründe kann man auch nicht hochgehen. Aber Linguistik beiseite. Ich denke, es wundert niemanden, dass das Ganze als ziemlich homophobe Aussage aufgefasst wurde. Und ja, Jules macht ziemlich coole Videos. Und ich habe richtigen Respekt vor dem Aufwand, der da drin steckt. Als kleiner Editing-Nerd. Aber nur weil man coole Videos macht, heißt das nicht, dass man solche Sachen sagen kann. Ohne dafür kritisiert zu werden. Das sollte nicht der Vibe sein, Leute. Das sollte nicht der Vibe sein. Also sehe ich, by the way, auch so. Gar keine Frage sehe ich auch so. Und ich finde es auch ziemlich geschmacklos, sowas zu posten. Weil, also warum? Ja, also beiträchtigt das dein Leben so krass, dass da Bücher sind mit LGBTQ-Inhalten oder so. Verstehe ich auch nicht, muss ich an der Stelle sagen. Aber wie auch hier gesagt wurde, diese Story ist ein anderthalbes Jahr alt und es wäre wahrscheinlich sinnvoller, nachdem sowas passiert, zu kritisieren. Wenn du das jetzt kritisierst von vor einem anderthalben Jahr, dann erstmal puncht das nicht wirklich. Und zweitens, ja, wenn er sich schon distanziert hat davon und sich dafür entschuldigt hat, dann ist es schwierig, da überhaupt noch großartig konfrontativ zu sein oder so. Und so sind die ersten Stimmlaut geworden, die das Ganze absolut zu Recht kritisiert haben. Und jetzt haben wir auch ein Statement von Jules. Dieses lautet Mir werden Vorwürfe gemacht wegen eines Insta-Posts von vor 1,5 Jahren. Habe damals schon erklärt, dass es keineswegs LGBTQ-plus feindlich gemeint war, sondern als Kritik, dass alles kommerzialisiert wird und man versucht, Sexualität finanziell auszubeuten. Selbst es gilt für das aktuelle Blizzard-Video. Hm, ja, wobei, also gut, also da hat er sich sehr schwierig ausgedrückt, weil das zu interpretieren, dass es jetzt nur auf die Sexualität finanziell ausbeuten abspielt, ich weiß nicht. Ich glaube, da hätte man auch irgendwelche Romantik-Romane und sowas, hätte man da eher nehmen, aber hätte man auch nehmen können und das, nee, also das ist schon, das ist schon aber auch schwierig, schwierig dann so ein Bild zu posten, wo es genau explizit um LGBTQ-Inhalte geht, ja. Ja, ich hätte da klarer sein sollen. Ja. Ich denke, auch jeder postet oder sagt mal was im Internet und bereut es danach. Und ich kann hier nicht mehr machen, als sagen, dass es mir leid tut, dass es falsch rüberkam und klarstellen, wie es wirklich gemeint war. So. Okay. Das ist ein wirklich mieses Statement, also was ein Quatsch. Nur zur Erinnerung, Jules postet ein Bild mit einem LGBTQ-Plus-dekorierten Tisch und schreibt dazu, diese Welt wird noch den Abgrund runtergehen. Wo war da die Kapitänz? Prenzine, Dankeschön für den Verständnis ab. Also, ich will jetzt ja hier niemandem was unterstellen oder so und wenn er sagt, ey, es tut mir leid und so, ist alles cool, weißt du, ich hab auch nichts gegen Schulz und wie gesagt, das ist schon anderthalbes Jahr her, aber ich würde sagen, mit die Welt wird den Abgrund runtergehen und das sind halt Bücher von LGBTQ, also da zu interpretieren oder da zu denken, dass die Zuschauer meinen, ey, yo, da geht es ja um die Sexualität und das Ausbeuten oder dieses Finanzieren davon. Ich weiß es, also keine Ahnung, nee, also es wirkt halt schon so, wie, yo, die Welt wird so zugrunde gehen wegen diesem ganzen LGBTQ-Zeug und überall sieht man das und plappliplopp. Also, so wirkt das halt schon von außen, das muss man, muss man einfach mal als objektiver Betrachter vielleicht so, so ansprechen, ne? Kapitalismus-Kritik, wo war da irgendein Bezug zum Kapitalismus? Ich möchte wirklich eine ernsthafte Argumentation hören, wie das auf den Kapitalismus bezogen werden kann. Für wie dumm hältst du uns? Denn erstens, Tische in Buchläden sind nach Themen sortiert, es gibt einen Tisch mit Krimis, einen für Science-Fiction, einen für Mangas und dann halt einen für LGBTQ+. Warum ist das bei Krimis okay und bei LGBTQ+, nicht? Warum muss man sein Leben so sehr von einer Flagge bestimmen lassen? Geht doch einfach weiter. Es tut wirklich niemandem was. Und zweitens, ja, Regenbogenflaggen und das ganze Thema drumherum wurden durchkommerzionalisiert. Und ich finde das auch echt peinlich, wenn irgendwelche Firmen einen Monat lang Regenbogenflaggen posten und Regenbogenflaggen auf ihre Produkte drucken, nur um mehr Geld zu machen. Aber das nennt sich Kapitalismus. Alles ist durchkommerzionalisiert. Die LGBTQ+, hat das weder... Ich finde, das kann man auch kritisieren. Also ich finde, man kann das durchaus, diesen Punkt durchaus kritisieren, dass Firmen das nur machen, um zu werben, um zu zeigen, ja, guck mal, wir sind doch so offen, so tolerant, aber dann jucken die sich eigentlich einen Scheiß drum. Also das kann man durchaus kritisieren. Das hat Desi auch gemacht zuletzt. Da ging es um diesen Vokismus bei Firmen oder so. Irgendwie so hieß das Video. Haben auch darauf reagiert. Das war übrigens mein Testvideo auf Inkev, mein letztes. Ähm, und das finde ich, kann man durchaus kritisieren, aber, also, wenn Schulz das wirklich gemeint haben soll, dann hat er sich so dermaßen komisch ausgedrückt, dass man es als Zuschauer kaum verstehen kann. Ne, das muss man wirklich sagen. Also er muss sich schon wirklich viel Fantasie haben, um das so zu interpretieren. Äh, wie gesagt, ist halt auch schon anderthalbes Jahr her und ich denke, Schulz hat auch ein bisschen dazugelernt und denkt vielleicht nicht mehr so, hoffe ich zumindest. Und, äh, ja, dementsprechend, weißt du, ich will ihnen jetzt hier nicht die größten Vorwürfe machen. Guter Statement finde ich jetzt auch ein bisschen schwammig, ne? Aber ich will ihnen jetzt nicht die größten Vorwürfe machen, weil das ist halt, das ist halt schon einfach fast zwei Jahre her. Da muss ich von Sachen vor zwei Jahren noch rechtfertigen. Ist halt, ist halt auch manchmal ein bisschen doof. Noch ist es dort am stärksten ausgeprägt. Habt ihr mal die Läden während der WM gesehen? Ich wohne in Bayern. In unserem Rewe ist ein... Oh, mein Beileid, Bayern. Ja, der wohnt nicht mal in Deutschland. Fanstand für den FCB. Und drittens, dieser Kritikpunkt von wegen, die Sexualität wird finanziell ausgebeutet, wird sehr gerne in dieser Debatte geworfen. Äh, sagt euch der Begriff Sex-Sells was? In gefühlt jeder zweiten Werbung ist eine halbnackte Frau zu sehen. Filme und Serien werden mit unnötigen Sex-Szenen vollgestopft und promotet. Und wenn wir schon im Buchladen sind, gucken wir auf den Smart-Tisch und sehen einen Haufen Erotik-Bücher zwischen Männern und Frauen. Na? Merkt ihr selbst, oder? Klimawandel, Kriege und Genozide. Aber klar, Regenbogenflaggen sind der Untergang unserer Gesellschaft, Junge. Was ein Mist. Ich mein, wie wär's einfach, wenn wir ab jetzt nur noch Dinge sagen, hinter denen wir auch stehen. So wie ich hinter meinem E7-Pro-Tisch von Flexispot stehe. Wenn man sich mit solchen Themen befassen muss, tut... Okay, ey, ich, also, äh, gönnt euch Flexispot, ähm, der Link ist in der Beschreibung zu waspeln. Da könnt ihr euch auf jeden Fall einen fetten Tisch gönnen, über seinen Link oder so. Sehr, sehr starke Schlüsse. Äh, ich würde aber sagen, wir machen mal auf, weiter geht's. Ja, trotzdem, Kuss geht raus. Also, bevor mir gleich die ersten tüten Beiträge in die Kommentarsektion gesetzt werden, erklärt mir mal ernsthaft, wo das Problem liegt. Denn wenn Kapitalismus nur kritisiert wird, wenn er im Zusammenhang mit der LGBTQ+, steht, dann ist das keine Kapitalismuskritik, dann ist das Homophobie. Ganz einfach. Ich finde das Ende von seinem Statement auch sehr bezeichnend. Ähm, ich denke auch, jeder postet oder sagt mal was im Internet und bereut es danach. Ja, safe, aber darum geht es nicht. Wenn Influencer mal kritisiert werden, setzen sie direkt auf andere Zeigen ein, wie so ein Pokémon mit nur einem Move. Und dann sagt er noch, Und ich kann hier nicht mehr machen, als sagen, dass es mir leid tut, dass es falsch rüberkam und klarstellen, wie es eigentlich gemeint war. Ja, okay. Warum tust du das dann nicht? Zu sagen, dass man sich nur entschuldigen kann, ist keine Entschuldigung. Fällt es dir so schwer, einfach zu schreiben, tut mir leid, Punkt. Es ist unfassbar. YouTuber-Entschuldigungen sind einfach nur twerkende Egos. Junge, Junge. Aber das war... Ja, also ich kann auch die Perspektive von dem Waspel hier verstehen, weil das war mehr... Also es wirkte halt mehr wie eine Rechtfertigung, als eine Entschuldigung, eine aufrichtige. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das wirklich so gemeint hat, so diese Kritik, so in Bezug auf, ja, hier, das wird alles... Da wird nur finanzielles, nur die Finanzen groß geschrieben bei diesem LGBTQ-Zeug und so, dass das dann die Kritik sein soll. Ja, also aus der Sicht von dem Waspel kann ich da die Kritik verstehen und kann auch verstehen, dass dieses Statement dann komisch rüberkommt. Ne, aber ich würde... Wie gesagt, sind halt Sachen von vor zwei Jahren. Ich würde es jetzt auch nicht so krass, so das Thema so aufbauschen. Also ich würde es halt viel mehr... Ich würde das jetzt mehr verstehen, wäre dieses Video gekommen, kurz nach diesem Post. Hätte ich das mehr verstanden. Also kurz nach dem Post von dieser Story, weil da denkt man so, yo, Alter, was geht bei ihm ab? Aber da sich halt schon Jules dazu geäußert hat und schon mehrfach sich auch gerechtfertigt hat und gemeint hat, dass es auch falsch war und auch das mit diesem Vergewaltigungs-Post, was er da rausgehauen hat. Da hat er auf mein Video übrigens reagiert, grüß ich hinaus. Da hat er sich ja auch schon von distanziert. Also da würde ich ihm jetzt auch nicht mehr die Vorwürfe machen. Klar, das, was er gesagt hat, war richtig scheiße. Aber so, wenn sich jemand entschuldigt und sich davon distanziert, dann ist das ja schon mal ein guter Schritt. Da würde ich ihn jetzt nicht auf ewig dann den Vorwurf machen, guck mal, du hast das gemacht. Das war tatsächlich noch nicht alles, denn im Zuge dieser Debatte ist ein älterer Clip von Jules wieder ins Gespräch gekommen und jetzt wird es nochmal eine ganze Ecke ekliger. An der Stelle auch eine Trigger-Warning. Es geht um Verkretigung. Ah, okay, jetzt kommt es zu dieser... Ich sehe immer meine Fresse und sobald es ein kritisches Thema gibt, sehe ich mich irgendwo. Oh, ich habe gerade gemutet. Schuld, dass sie vergewaltigt werden? Teilweise. Ähm. Ich meine, das ist schon eine gute Frage. Ähm. Weil es gibt Fälle, wo Frauen auch dran schuld sind. Aber die Frage ist halt, zu wie viel Prozent? Was ein B***. Ich kotze im Strahl. Wie zur Hölle kann man so eine Aussage tätigen und nicht direkt vor Scham im Boden versinken. Wisst ihr überhaupt, was das heißt? Wisst ihr, was eine Verk***igung ist? Oder hat TikTok euer Hirn so weggekocht, dass das nur noch ein Begriff ist, den man durch die Gegend wirft? Nie. Niemals. Unter keinen Umständen ist das Opfer bei einer Verk***igung schuld. Wie kommt man da drauf? Was für ein Mensch bist du? Ganz unabhängig von Geschlecht, Sexualität, Hautfarbe, Herkunft oder Religion sollte es Dinge geben, bei denen sich alle Menschen einfach einig sind, dass sie niemals okay sind. Und dazu gehören Verk***igung. Ich bin wirklich fassungslos und wer jetzt ernsthaft denkt, ich übertreibe, hat anscheinend gar nichts verstanden. Eine Verk***igung ist ein so massiver Angriff auf den Körper und die Psyche eines Menschen. Davon erholt man sich... Ja, also ich... Also was willst du noch dazu sagen? Also ich verstehe jede Kritik und jeden Aufschrei aufgrund dieser Aussage von einem Jules und ich finde sowas in der Öffentlichkeit zu sagen... Gut, er war ja noch nicht groß und er war ja auch noch nicht dieser Jules, der er jetzt ist, ne? Aber das zu sagen, also ich weiß nicht, das ist so eine kritische Aussage. Also das ist halt auch so eine falsche Aussage. Da ist es klar, dass das ein dickes Backlash gibt. Gut, er wusste damals nicht, er hatte damals auch noch nicht diese Reichweite gehabt, um zu checken, was das einem später vielleicht mal so einprockt. Aber das war schon eine hardcore dumme Aussage. Also da kann man noch so sehr ein Jules-Fan sein und ihn da verteidigen, aber die Aussage war halt einfach absolut beschissen. Wie gesagt, er hat sich da auch schon entschuldigt. Ich hoffe, das wird jetzt hier auch noch gesagt, dass er sich entschuldigt hat und dass er sich auch davon distanziert hat, weil hätte er das nicht gemacht, ich glaube, das wäre noch ein ganzes Stück kritischer. Aber ich würde jetzt einfach mal meinen, wenn er es eingesehen hat, wie gesagt, ich würde da jetzt auch nicht nachtragend wirken. Man sich selbst nach Jahren von Therapie nicht zu 100%. Es gibt keinen vertretbaren Grund, das zu verteidigen. Keinen. Aber auch hierzu gibt es ein Statement von Jules und das lesen wir doch mal durch. Hi. Die Aussage, die ich getätigt habe, war leider ziemlich dumm. Ich hätte dreimal überlegen sollen, bevor ich etwas sage. Absolut verständlich und berechtigt die Reaktion von euch. Eigentlich versuche ich so gut, ich kann Leuten zu helfen und sie zu unterstützen. Schade, dass sich bei solchen Sachen dann, verständlicherweise, daran aufgehangen wird. Was denn jetzt? Ist es verständlich und berechtigt oder schade? Das ist so ein mieses Statement. Wundert mich das Jules uns das nicht mit... Das finde ich noch nicht mal so. Also ich finde es jetzt noch nicht mal so krass schlimm. ...eine Ukulele vorgesungen hat. Sieht mir gar nicht ähnlich, sowas Unüberlegtes zu droppen. Hoffe, ich konnte das damit halbwegs klären. Ich habe definitiv daraus gelernt. Sorry an alle, denen das negativ aufgestoßen ist. Und? Fällt euch was auf? Für eine Entschuldigung waren da aber sehr wenig Entschuldigungen drin. Sorry an alle, denen das negativ aufgestoßen ist. Ja, also ich denke, man könnte es vielleicht ein bisschen anders formulieren, dass es mehr als wirklich aufrichtige Entschuldigung rüberkommt. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die haben einfach Schwierigkeiten bei sowas. Aber ich würde meinen, also an und für sich finde ich das Statement nicht mal so schlimm. Ich dachte mir damals auch, Alter, was hat er für eine Scheiße gelabert? Weil ich weiß, dass Knu hatte das damals geteilt. Dann ist das so groß geworden auf Twitter. Und dann dachte man sich so, Alter Jules, what the fuck? Was ist das für eine Aussage? Überall sehe ich mein Gesicht. Ich dachte wieder was Negatives über mich. Aber nee, war alles entspannt. Dann hat er dieses Statement rausgehauen. Dann dachte ich mir, okay, er hat es ja gesehen. Und er hat es wahrgenommen und macht es auch nicht mehr und sieht auch ein, dass es dumm war. Und gut, dann sage ich nichts mehr dazu. Aber zu der Zeit am Anfang dachte ich mir auch so, Alter, what the fuck? Ja, also was mich so ein bisschen stört, sind solche Aussagen. Also erst mal, ja, ich finde, Waspel interpretiert auch so ein bisschen zu viel rein und macht es zu negativ, weil, wie gesagt, das ist auch schon ein ganzes Stück her. Er hat sich auch schon davon distanziert, auch mehrfach. Aber, und da muss ich auch Waspel recht geben und das kommt auch doof rüber. Und das sollte man eigentlich irgendwann wissen. Aber pass auf, es kommt auch doof rüber, wenn man sagt, sorry an alle, denen das negativ aufgestoßen ist. Also sag doch einfach, es tut mir leid, diese Aussage war dumm gewesen. Also das, also dieses sorry an allen, denen das negativ aufgestoßen ist, ist so, als wäre bloß ein paar Prozente, die, die das abfuckt so. Aber es ist halt einfach eine grundsätzlich falsche, eine grundsätzlich falsche Position, überhaupt so was zu beziehen. Also, entschuldige dich doch einfach an alle da draußen, ja, sag einfach, yo, sorry, das war wirklich dumm von mir, absolut unüberlegt, sowas kommt auch nicht nochmal vor. Ja, also das ist doch viel, viel aufrichtiger, als wenn du sagst, ja sorry für alle, die es jetzt als negativ aufgegriffen haben. Ja, also das sind ja wieder nur so ein paar, bei denen du dich da entschuldigst. Also ich glaube, das würde halt einfach gut tun. Und dann merkst du auch, yo, der entschuldigt sich halt wirklich dafür und nicht so dieses, ja, ihr habt mich vielleicht falsch verstanden oder ja, an alle, die das jetzt wirklich kritisch sehen, das tut mir auf jeden Fall leid. Ne, das ist so, das ist so schwammig formuliert, wo man sich so denkt, ja, tut es ihm jetzt wirklich leid oder ist das so ein, ja, sorry an alle, ne, die da wirklich rumheulen oder so. Also das, also da kann ich auch verstehen, dass es auch so, ein Stück weit jetzt so interpretiert wird, dass man sagt, ah, entschuldige ich da, dass ich nicht wirklich. Um genau zu sein, gar keiner. Sorry an alle, denen das negativ aufgestoßen ist. Und man muss natürlich auch, ja genau, man muss auch jetzt sagen, äh, Krenker schreibt auch, er entschuldigt sich halt, nur bei, ne, wer hat es gerade geschrieben? Herr Veljev hat geschrieben, nach zwei Jahren kam auch keine kritische Aussage mehr, immerhin. Weiß ich jetzt nicht, ne, kann ich jetzt nicht sagen, aber wenn es so sein sollte, dann, äh, ist das ja schon mal ein Zeichen, dass er eben daraus gelernt hat. Deswegen, wie gesagt, ne, das, das Ganze steht unter dem, das Ganze ist unter diesem Deckmantel, das ist auch schon zwei Jahre her knapp, ne. Also, Jules von damals, von vor zwei Jahren, muss nicht unbedingt der Jules von jetzt sein und er muss auch nicht jetzt gerade kritische Ansichten teilen oder so. Also, dir tut gar nicht leid, was du gesagt hast, dir tut nur leid, dass es negativ ankam. Also, hätte dich niemand kritisiert, würde es dir auch nicht leid tun, oder wie? Und das ist jetzt keine linguistische Haarspalterei, das ist das kleine Einmaleins der Entschuldigungen. Man kann sich für eine Sache entschuldigen oder man kann sich dafür entschuldigen, wie eine Sache ankam, was aber bedeutet, dass man die Aussage an sich nicht falsch findet. Das ist offensichtlicher Sprachgebrauch, nichts mehr mit rausredender Kapitalismus ist schuld. Jetzt mal ganz im Ernst, wenn ApoRed solche Aussagen gedroppt hätte, mit solchen Statements hintendran, hätte ganz YouTube-Deutschland ihn zerrissen. Absolut zurecht. Also, warum? Das ist aber generell ein Phänomen auf YouTube. Also, das hat jetzt nicht mal unbedingt was mit diesem Fall zu tun. Das ist ein generelles Phänomen auf YouTube. Wenn du prinzipiell immer negativ erscheinst auf YouTube und immer nur Scheiße baust, dann irgendwann fuckt man sich über jede Aussage ab, die du da triffst. Wenn du aber jemand bist, der im positiven Licht steht, dann denkt man so, okay, der macht ja eher Positives. Da ist mal so eine Aussage, die dann negativ ist, da kann man drüber hinwegsehen. Deswegen natürlich bei einem ApoRed fuckst du dich mehr ab, weil du dir so denkst, Alter, da kommt einfach nichts Besseres. Deswegen muss man auch immer noch mal auf die Person drauf gucken, jo, wer ist wer? Und dann, zum Beispiel, wenn jetzt ein Simon Desue irgendwas erzählt, was so ein bisschen kritisch ist, dann finde ich das deutlich beschissener, als wenn das ein Julian Bam macht. Bei dem Julian Bam sage ich dann, okay, der hat so viel Gutes gemacht, da ist jetzt mal eine kritische Sache dabei, ey, okay, Schwamm drüber, wenn er es eingesehen hat, ist alles gut. Deswegen musst du immer noch mal drauf achten, jo, wer hat denn was erzählt und wie ist denn auch das Standing? Ist ein generelles, man kann auch die Situation an sich betrachten, dann ist es natürlich mal was anderes, aber oftmals denkt man sich halt immer noch so seinen eigenen Teil dabei, was welche Person gesagt hat. Warum ist das bei Jules okay? Wenn die Moral davon abhängig ist, wem man geht... Und richtig, ApoRed hätte nach zwei Wochen, äh, hätte nach zwei Wochen den nächsten Skandal geliefert, währenddessen Jules halt, ja, zwei Jahren nichts mehr weiter dazu gesagt hat. Schätze ich jetzt mal, vielleicht kam auch noch irgendwas. Gegenüber steht, hat man schlichtweg keine Moral. Und nein, ich sage nicht, dass wir Jules canceln und verbrennen sollen. Ich sage, diese Aussagen sind gefährlich und seine Statements reichen absolut nicht aus. Und auch um das den Kommentaren vorweg zu nehmen, nein, ich will Jules nicht canceln. Der Clip von Jules mit der Ver- ist schon etwas älter. Der Typ macht an einem Tag eine Million Klicks auf ein neues Video. Wo war da die Cancel Culture? Der Begriff canceln wird mittlerweile einfach nur noch von Leuten genutzt, um konstruktive, berechtigte Kritik zu verreißen. Denn auf Kritik muss man eingehen, aber nein, die kritisieren mich ja nicht, die wollen mich canceln. Twitter macht mich so fertig. Also ich würde nicht mehr machen, also so Cancel Culture im Sinne von, dass man dann keine Klicks mehr bekommt, würde ich jetzt nicht sagen, dass es das großartig gibt. Aber ich würde sagen, in der Art Cancel Culture gibt es schon, wenn man sagt, yo, man verliert alle Werbepartner, weil dann direkt die Leute die Werbepartner von dem YouTuber XY anschreiben und sagen, ey, hier Statement und guck mal hier und das ist ein ganz kritischer YouTuber und so weiter. Ich glaube, davon kann man maximal reden. Aber jetzt so wirklich Cancel Culture, werde ich jetzt auch nicht sagen, dass es das richtig gibt. Ja, am Ende des Tages kannst du es immer schaffen. Lehrenfrau, danke für den Verschenkens ab. Das ist, guck mal, Gugendv hatte auch einen Riesenskandal. Der hatte einen Riesenskandal vor zwei Jahren und alle haben ihn, oder viele haben nicht mehr auf ihn reagiert, fast alle haben gar nicht mehr auf ihn reagiert und trotzdem hat er sich gehalten in der Zeit. Ne, klar ging das ein bisschen runter, aber es war jetzt nicht so im Sinne von, yo, jeder cancelt ihn, da hat er keine Aufrufe mehr. Also er konnte ja immer noch über all die Jahre gut davon leben. Und ich dachte, wir wären uns da einig, vor allem die jüngeren Generationen. Aber als ich dann in die Kommentare von einem TikTok-Video gucke, wo über die Aussagen von Jules geredet wird, gab es erschreckend viele Kommentare, die Jules dafür abfeiern. Ist doch richtiges Jules W. Ja, das ist TikTok, ja, also TikTok kannst du eh vergessen. Also, das ist sowieso, weißt du, wenn du nur Scheiße lesen willst, dann gehst du auf TikTok in die Kommentarspalte, da ist sowieso, alles was Müll ist, wird positiv kommentiert. Jules einfach ein Macher, Jules sagt nur das, was jeder denkt, Jules ist Macher, bester Mann Jules. Jules sagt nur das, was jeder denkt, also in Bezug auf diesen Vergewaltigungsspruch, weiß ich nicht, man, weiß ich wirklich gar nicht. Ich mochte Jules eigentlich, jetzt liebe ich ihn. Du hast auch Unrecht, ich finde Jules redet, keine Kacke. Ja, Kacke falsch geschrieben, warum wundert mich das nicht? W. Jules, weil es stimmt auch in wenigen Fällen, passiert es, dass Frauen genau so etwas tun, dass die Generation verloren ist, wissen die meisten Gigas hier. Junge, wer nennt sich Giga? Giga Enttäuschung für deine Eltern vielleicht. Passiert oft auf Partys, wenn die dann auch betrunken sind und dann mit jemandem heimgehen, dann sind die teilweise selbst schuld. Und ich hab einfach nur reingescrollt, da musste ich gar nicht suchen. Das ist so gefährlich. Und wenn man die Möchtegernbegründungen anhört, wird es nun noch schlimmer. Hier schreibt einer, dass Frauen selber schuld sind, wenn sie betrunken mit Typen mitgehen und dann f***er recht werden. Was ist falsch mit dir? Natürlich würde ich jedem davon... Also wirklich, Real Talk, ich reg mich da schon gar nicht mehr drüber auf, weil das halt einfach TikTok ist. Das ist einfach TikTok. Wirklich, da brauch ich mich nicht mehr drüber aufregen. Das ist einfach, ich weiß nicht, das ist so eine Eigendynamik, wo man denkt, also das geht auch nicht mehr schlimmer. Ich glaube wirklich, bei TikTok, das ist der Endgegner von dummen Kommentarspalten. Real Talk jetzt. Noch nie was Sinnloseres gesehen. Nicht mal Twitter ist so dumm. Und Twitter ist echt schon immens dumm. Weißt du, YouTube die Sexbots, die es gibt in den Kommentaren. Auch unter dem Video wird es jetzt wieder Sexbots geben. Nicht mal die sind so dumm. Aber wirklich, die TikTok-User, also nicht alle natürlich, aber sehr viele, sind wirklich so komplett wegbeschränkt. Das ist unfassbar. Da fehlt mir auch die Luft zum Atmen, wenn ich mir die Kommentare da anschaue. Abraten mit Fremden mitzugehen. Nicht mal Facebook ist so dumm. Ja, das sind auch viele ältere, komische Menschen, unterwegs ist gar keine Frage, aber bei TikTok ist wirklich der Endgegner. Wenn man betrunken ist. Aber betrunken sein, gibt ekelhaften kleinen Losern nicht einen Freifahrtsschein für eine Vergewichtigung. What the fuck? Konsent funktioniert nur, wenn man nüchtern ist. Es ist ja nicht so, als wären die Männer hilflos, wenn eine betrunkene Frau in der Nähe ist. Oh nein, jetzt muss ich mit ihr schlafen. Das ist immer noch eine Entscheidung. Und wenn man weiß, dass die andere Person nicht in einem Zustand ist, in dem sie zustimmen kann, dann lass es. Behalt einfach deine kleinen Wichsgriffel und den Nahkampfstachel für dich. Ich dachte, krasse Alphas haben ihre Triebe unter Kontrolle. Ich mein, komm, wen wollen wir hier anlügen? Die Männer wissen, was sie da tun. Die Männer wissen, dass die Frau betrunken ist und sich nicht wehren kann und vielleicht auch gar nicht kapiert, was abgeht. Aber anstatt dann auf sie aufzupassen, wird die Situation ausgenutzt. Er meint, dass es auch Fälle gibt, wo die Frau nichts gesagt hat, sich nicht gewehrt hat oder es ihr gefallen hat. Kann ja sein, dass man das nett erkennt. Was ist das denn für eine Logik? Wenn dir jemand die Nase bricht und du nichts gesagt hast und dich nicht wehrst, bist du dann selber schuld? Nee, dann hat dir einfach jemand die Nase gebrochen. Es ist echt nicht so schwer. Und es hat ihr gefallen, kann sein, dass man es nett erkennt, wenn zwei Menschen miteinander schlafen, weiß man, ob die andere Person das will. Denn man redet. Boah, mindblowing, alter, krass. Dann hat sich der Typ mit Deutschlandflagge in seinem Namen noch über Regenbogenflaggen aufgeregt. Fand ich ziemlich witzig. Ich glaube, die Ironie checkt er nicht mal. Und dann wird darüber diskutiert, ob die LGBTQ plus Bücher die Jugend manipulieren. Und nur so als Tipp, das macht man freiwillig. Man kann ein Buch in die Hand nehmen und freiwillig lesen und wenn es einem nicht gefällt, auch wieder freiwillig weglegen. Nur weil man etwas liebt. Oder man macht es wie Alpha Kevin und gönnt sich erst mal gar kein Buch. Das war wieder so lustig. Ich hatte, ich hatte letztens auf, auf Insta ein Bild gepostet. Von dem, da waren wir in so einem, in so einem Bücherladen. Tina und ich, ich gehe nie in den Bücherladen. Aber weißt du, Tina hat gesagt, ich möchte mal da rein. Und da war so ein Buch mit, äh, wie bekommen sie ihre Schmerzen los, ja. Da ist direkt das Bild, da muss ich direkt ein Bild machen und hab dann drunter geschrieben, dieses Buch brauche ich. Und dann hat mir Tamara, hat mir, Tamara hat mir, ne, ist auch nicht Talia. Tamara hat mir dann geschrieben, du liest das doch eh nicht. Da muss ich kurz lachen, weil es stimmt halt. Ich bin halt jemand, ich lese halt keine Bücher. Es ist einfach wirklich so. Du kannst mir ein Buch geben, ich lese es einfach nicht. Ich hatte mal von Finanzfluss ein Buch, das hatte mir mal mein Bruder, glaube ich, hat er mir das geschenkt? Oder geliehen? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall von Finanzfluss, ne. Habe ich mir 70 Seiten durchgelesen, danach habe ich nichts mehr gecheckt und habe es weggelegt. Ich wollte eigentlich mich ein bisschen weiterbilden. Ich bin wirklich, ich kann das, ich hasse Bücher wirklich. Ich weiß, ich komme auch gar nicht auf den Trichter, mir irgendwann mal ein Buch wirklich zu holen. Tina liest ein Buch nach dem anderen, ich habe gar keine Ahnung davon. Weil auch dieses Lesen, sich das Merken und so, dass sich das vorstellen, Fantasie, wirklich, irgendwie, ne. Alter, mach von mir aus eine Netflix-Serie draus, dann gucke ich mir das auch an. Ja? Irgendwas True-Crime-mäßiges gönne ich mir alles, ist gar kein Problem. Aber nicht Bücher, das geht nicht. Ich weiß ja auch, die Schule hat mich da auch mit verkrault. Mann, man muss da irgendeine Scheiße lesen, was keine Sau interessiert. Muss man nicht zwangsweise daran glauben. Ich habe heute auch einen Haufen dummer, homophober Kommentare gelesen und bin dadurch auch nicht zum Vollidiot geworden. Das halte ich für ein Gerücht. Wasp, ich würde schon sagen, du bist ein massiver Vollidiot. Spaß. Wir haben hier also den größten Newcomer auf YouTube Deutschland, wie er sagt, dass Frauen teilweise selbst schuld sind, wenn sie vergrüßt werden. Tausende Zuschauer stimmen ihm zu und niemand äußert sich. Und Jules Statement ist ein absoluter Witz, das reicht einfach nicht. Jeder darf lieben, wen er will. Andere Menschen anzugreifen oder einzuschränken, obwohl die einem gar nichts getan haben, ist keine Meinung. Bis heute bekommen zwei Männer, die auf der Straße Händchen halten, Anfeindungen ab. Bis heute können sich Frauen auf den Straßen nicht sicher fühlen. Aber anscheinend juckt das viele nicht, weil betrifft sie ja nicht persönlich. Ich finde das gruselig. Und wir als Creator haben als Sprachrohr zur Jugend die Aufgabe, über solche Themen aufzuklären, ob wir wollen oder nicht. Mich schockiert diese Situation. Mich schockiert, dass Jules sowas überhaupt sagt. Mich schockiert, dass ihm so viele Leute zustimmen und mich schockiert, dass das... Also, dass Leute ihm da zustimmen, das finde ich auch krank. Sag ich euch ehrlich. Ja, also es sollte eigentlich gang und gäbe sein, dass man es nicht befürwortet, dass eine Frau selbst dafür verantwortlich ist oder teilweise dafür verantwortlich ist, wenn sie vergewaltigt wird. Ich meine, das ist eine Sache, das ist halt nicht einvernehmlich. Sobald etwas nicht einvernehmlich ist, du verstößt dagegen, dann ist das eine nicht okaye Sache. Also, darüber braucht man gar nicht reden, finde ich auch. Finde ich, geht gar nicht. Aber, also ich... Was ich jetzt bei dem Video mal kurz sagen muss, ist, hier wird sehr einseitig in diese eine Kerbe geschlagen. Ich kann das verstehen, dass einen das abfuckt, aber wie gesagt, das sind Sachen, die in anderthalbes Jahr beides her sind. Ja, also dieser eine Post ist in anderthalbes Jahr her, plus seine Aussage ist in anderthalbes Jahr her. Er hat sich auch schon davon distanziert. Ich kann verstehen, dass man das Statement kritisiert oder sagt, jo, das ist nicht aufrichtig genug. Kann ich durchaus verstehen. Aber ich finde, es ist jetzt gerade irgendwie der falsche Zeitpunkt zu sagen, ey, das ist ganz, ganz schlimm. Sondern ich glaube, das hätte wirklich vor einem Jahr passieren müssen, damit das wirklich auch noch so diesen Nachdruck hat. Jetzt denkt man sich ja so, okay, ja, Schulz hat seit zwei Jahren auch nichts Kontroverses mehr gesagt oder hat sich auch davon distanziert. Warum noch die Kritik? Ja, also ich finde, es ist trotzdem ein interessantes Video, gar keine Frage, auch ein interessantes Thema, weil es wichtig ist, auch mal darüber zu sprechen. Aber ich denke, der Zeitpunkt ist jetzt in der Situation gar nicht mal so extrem klug, weil vor zwei Jahren war das ganze Thema halt noch deutlich, deutlich aktueller und da hätte die Kritik halt mehr gesessen. was scheinbar einfach unter den Teppich gekehrt wird. Aber wie hätte er es dann machen sollen? Weil ich sage hier die ganze Zeit nur, was alles falsch ist. Er hätte sich einfach richtig entschuldigen können. Wäre nicht so schwer gewesen. Alle lieben ihn. Ich meine, sie sind ja so schon gewillt, ihm zu verzeihen. Aber wenn er sich wirklich ehrlich entschuldigt hätte und man merken würde, dass er die Sachen tatsächlich nicht so meint oder sich weiterentwickelt hat, dann wäre das die eine Sache. Aber das, was er da gemacht hat, waren Rechtfertigungen. Das war so weit entfernt von einer Entschuldigung, na, feier ich nicht. Es ist okay, Fehler zu machen, aber das hier sind keine kleinen Fehltritte. Das ist aktiv gefährliches Gedankengut. Und ich kann es persönlich nicht mit mir vereinbaren, da nichts zu sagen. Und an meine Zuschauer, wenn ihr sowas mal mitbekommt. Ja, wobei, also ja, also natürlich, das ist große Scheiße, was er da gesagt hat, gar keine Frage. Aber dieses gefährliche Gedankengut hat er ja, wie gesagt, die letzten zwei Jahre ja nicht mehr oder die letzten anderthalben Jahre nicht mehr weitergetragen. Also würde er das jetzt jede Woche sagen oder jeden Monat einen Spruch raushauen, der in diese Richtung geht, dann könnte man das durch, dann würde ich das komplett verstehen. Aber da er ja schon seit einem anderthalben Jahr, seitdem er diesen Content-Wechsel gemacht hat, schon da gar nichts mehr gemacht hat in die Richtung, ist mir das ein bisschen, ist mir das ein bisschen zu viel negativ, ja, was das angeht, muss ich ehrlich sagen. Dann hoffe ich, dass ihr an dieses Video denkt und einschreitet oder Hilfe holt. Denn wenn wir nichts dagegen tun, dann tut niemand was. Weggucken ist was für Loser. So, ich danke euch, dass ihr euch das Video hier angeguckt habt. Ich weiß, das war alles andere als witzig, aber es ist einfach ein wichtiges Thema und da kann ich nicht still bei zusehen. Das ist einfach nicht meine Art. Also, danke für den Support. Ihr seid die Besten. Ciao. Okay, okay, also an der Stelle habe ich glaube ich eigentlich schon alles gesagt. Ich brauche jetzt gar kein Endfazit nochmal ziehen. Ich hätte die Kritik mehr verstanden, wie er sie vorher gekommen. Also nicht jetzt. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, gibt es nicht viel zu sagen. Ihr wisst meine Meinung. Leute, checkt das Video in der Beschreibung ab. Der Link ist in der Beschreibung. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Und wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann schreibt mal bitte das Ergebnis von 32 mal 4. Mal schauen, ob ihr so schlaue Köpfe seid. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.